. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn niemand aussteigen möchte, fahren wir weiter zur nächsten Haltestelle ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Und das ist die Station der neuen Gondelbahn, die dann am 14. Dezember 2019 eine Öffnung hat. So, an der left-hand side you see the new Gondelbahn station, was open 19. Dezember this year. So, die nächste Haltestelle, das ist Hollenstein West. Hier ist das Ende vom Liselotteweg. Und da 200 Meter weiter vorne geht der Wanderwerk Richtung Pustigle, Alpiglen runter oder kleine Scheideko. So, der nächste Stop ist Hollenstein West, das ist der Ende der Liselotteweg. Und in front you see the hiking trail to a kleine Scheideko, Alpiglen. Wir haben uns hier gestellt, sonst habe ich das Problem mit dem Chef. So. Bist du gleich? Ah ja. Das ist eine Frage. Dann muss ich den meisten Mittag hin selber zahlen. Das muss ich sowieso. Das muss ich sowieso. Wer ist der Schildmann? Ja, in der Tag. Bis später. Danke. Was habe ich heute? Und jetzt wird das Schildmann Gate nach? Also, kommt das Pustigle ein. Der hat den Schildmann Speicher. Dann wuk плaten. 5.5 Uhr Das war's für heute. Die Schleimbröhe Das war's für heute. Das war's für heute. Schönen Tag. So, wunderschön, nicht nur das Panorama, auch die Kühe. Wir haben noch Kühe mit Glocken und Hörnern. Zur Linken ganz schön zu sehen, der Eiger frisch verschneit, der berüchtigende Eiger-Nordwand. In der Mitte, das ist der Mönch, dann sehen Sie zwischen Jungfrau und Mönch, sehen Sie die Station vom Jungfraujoch und der schönste natürlich ganz auf der rechten Seite, das ist das kleine, das grosse Silberhorn, der Lefthandseite, you can see, da ist der Eiger mit der Eiger-Nordwand in der Mitte, das ist der Mönch, dann sehen Sie die Station vom Top of Europe und der rechten Seite, das ist die Jungfrau mit Silberhorn. Silberhorn, ganz schön. Ich habe keine Juvie. Ich habe ja immer noch Omi. Ich schieße jemanden an dem Bahnhof, wo sie sehen, wie viel Leid das überrichtig wendlich ist. Hier kann ich nicht. Ich hab ja nicht. . UNTERTITELUNG 2. 3. 5. 4. 5. 5. 6. 15. 15. 15. 16. 16. 17. Lufthien, schauen wir noch vielleicht für Donny, mal schauen, was da drin steht. Können wir schauen, ja. Lufthien, schauen wir uns an. Oh. Es ist fantastisch. Ja. Darum sind wir da. Ja, es ist fast ein Kitsch. Ich bin ein Bauschkarte. Ich bin ein Einzelverdämpfer. Ich bin ein Einzelverdämpfer. Und ich bin ein Einzelverdämpfer, Jettel hat sich ebenfalls einen Einzelverdämpfer. Ich bin ein Einzelverdämpfer. Da ein Einzelverdämpfer. Das ist so sehr. Sollen wir vielleicht noch gar nicht. Aber wir sind irgendwie nicht, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020